Ich grüße euch von Herzen. Habt ihr die eine oder andere Hürde in der letzten Woche gemeistert? Nun, dann bringe ich euch jetzt die Botschaft vom Erzengel Raphael für diese Woche. Erzengel Raphael sagt, sei geduldig. Werde nicht ungeduldig, wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie du es gerne hättest. Vielleicht wirst du schon bald froh sein, wenn man mit dir geduldig ist. Raphael rät, lasst den Dingen ihren Lauf und bleibe ruhig. So kann sich vieles ergeben. Ich hoffe, dass euch diese Botschaft inspiriert und gefallen hat. Lasst es mich wissen. Nun wünsche ich euch eine gute, positive Woche. Bis zur nächsten Botschaft. Alles Liebe. Eure Deria Und jetzt geht's euch.